Wenn es um die richtigen Normen und Werte geht, dann sagen manche folgendes. Na, wir sollten einfach das machen, was Gott von uns will. Der hat die richtige Moral. Und auf Nachfrage, was denn mit Gott gemeint sei, Gott ist ein übernatürliches Wesen, Schöpfer der Welt und er hat folgende Eigenschaften. Er ist allmächtig, allwissend und moralisch perfekt. Und deshalb ist seine Moral auch die einzig richtige. Prima, klare Aussage, kann man was mit machen. Aber was sollte man denn damit machen, wenn man sich nicht in einer Moschee in Kabul befindet oder vor 500 Jahren auf dem Petersplatz in Rom, sondern in einer freiheitlichen Demokratie? Dann sollte man Argumente dafür vorbringen, warum diese religiösen Behauptungen richtig sind. So wie bei jeder anderen strittigen Behauptung auch. Man kann da nicht einfach sagen, das ist halt meine Religion, akzeptiere das. Wenn es um Privatangelegenheiten geht, okay, und so wird das hierzulande ja auch gemacht, nennt man Religionsfreiheit. Aber wenn es um religiöse Normen geht, die politischer Natur sind, die also alle betreffen, dann geht das nicht. Du kannst nicht einfach sagen, wir fordern, dass im Biologieunterricht die moderne Evolutionstheorie als falsch dargestellt wird. Denn das fordert meine Religion. Denn umgekehrt würdest du ja auch nicht akzeptieren, wenn dann jemand anderes kommt und sagt, du, ich habe eine andere Religion. Wir glauben an die Evolutionstheorie, die muss allen beigebracht werden. Wenn nur genug Leute so vorgehen, dann läuft das bei bestimmten Machtverhältnissen letztlich auf Kreuzzüge oder einen Dschihad hinaus. Und wenn du sowas vermeiden willst, dann solltest du argumentieren, statt zu deklarieren. Und damit zum Kern dieses Videos. Wenn du für deinen Glauben in fruchtbare Diskussionen eintreten willst, dann stehst du vor einer Reihe von argumentativen Aufgaben, denen du die stellen musst. Erstens musst du beweisen, dass ein übernatürliches Wesen überhaupt existiert und dass dieses Wesen allmächtig und allwissend ist. Traditionell spricht man da von sogenannten Gottesbeweisen. Und die zu erbringen ist schwerer, als man meint, wenn man sich mit jemandem unterhält, der was von Philosophie versteht. Zweitens musst du dann plausibel machen, dass sich dieses Wesen uns offenbart hat. Zum Beispiel in der Bibel oder dem Koran oder der Tora. Auch nicht leicht, denn es gibt und gab ja Tausende von Menschen, die von sich behauptet haben und aktuell behaupten, dass Gott durch sie spreche. Einer von denen wohnt zum Beispiel bei mir in der Straße. Tatsächlich. Und die widersprechen sich gegenseitig mit ihren Botschaften, können also nicht alle Recht haben. Zumal es ja bekanntlich viele Leute gibt, die schlicht Stimmen hören oder sehr lebhafte Träume haben. Und dann kommen noch Überlieferungsprobleme dazu, denn wir haben ja von älteren solcher prophetischen Vorträge keine Tonbandaufnahmen. Drittens musst du beweisen, dass du auch richtig verstehst, was da offenbart wurde. Die genannten heiligen Texte sind ja an vielen Stellen nicht eindeutig. Sonst gäbe es dazu seit Tausenden von Jahren nicht endlose, sich widersprechende Deutungsversuche. Und viertens und zuletzt, wenn du all das plausibel machen kannst, dann musst du immer noch zeigen, dass die von dir auf den Tisch gelegten Normen auch moralisch gut sind. Also tatsächlich die einzig richtigen Vorschriften. Denn du kannst ja nicht voraussetzen, dass deren Autor moralisch perfekt ist. Und bisher hast du ja nur bewiesen, dass es ein Wesen gibt, also ein übernatürliches Wesen, und dieses übernatürliche Wesen allmächtig und allwissend ist und sich uns offenbart hat. Von gut war da bisher noch keine Rede. Das musst du auch noch beweisen. Wenn dieser letzte Schritt fehlt, dann könnte es ja sein, dass besagtes Wesen nur ein allmächtiger Diktator im Himmel ist. So eine Art göttlicher Hitler oder Stalin. Dann sollten wir uns vor dem in Acht nehmen. Das war ja das Gottesbild, vor allem im Alten Testament. Wir sollten uns ihm vielleicht sogar unterwerfen, aber verehrenswert wäre er da nicht und seine Moral nicht nachgewiesenermaßen die beste. Du siehst, einfach nur sagen, das ist halt meine Religion, reicht einfach nicht. Das ist nur der Anfang einer langen Reise mit einem ungewissen Ausgang. Das ist sehr, 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 sehr viel Festival. Untertitelung des ZDF, 2020